Ich habe euch hier mal drei Tore mitgebracht. Zum einen das Pop-Up-Tor. Aus meiner Sicht für die Bambinis und für kleinere Jugendlichen optimal. Es ist schnell zusammengelegt, kann dann in einer Tragetasche mitgenommen werden. Ist leicht und man kann es schnell auch wieder aufbauen. Normal sollte es von alleine aufbauen, hat gerade nicht funktioniert und schon ist das Tor fertig und es ist ein leichtes Tor. Dann das Tor, das ihr alle kennt. Massiv, etwas schwer, aber man kann es immer noch herumtragen. Und ein drittes, das es bei uns gibt, das hat an der Unterseite Spitzen. Mit denen kann man es in den Rasen stecken. Und man kann das Tor, wenn man es nicht mehr braucht, zusammenlegen, rausziehen und an einem Haken hängen. Nimmt auch nicht viel Platz weg, kann auch in einem Auto mitgenommen werden. Genauso wie das Pop-Up-Tor, sofern es gefalten ist. Genauso wie das Pop-Up-Tor-Me-Tor-Me-Tor. Genauso wie das Pop-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up